Er ist wahrscheinlich momentan der bekannteste Einwohner von Gemünten. Singer, Songwriter Andreas Kümmert. Seine Auftritte bei The Voice of Germany sorgen für Furore und Publikum und Jury sind sich einig. Der Mann ist einer der Top-Favoriten auf den Sieg. Wir haben ihn in seiner Heimat Gemünten getroffen. In seinem Lieblingsbistro haben wir uns ausführlich unterhalten. Ja, Andreas, The Voice ist ja eine Castingshow, zwar eine, die sich ein bisschen von anderen Shows abhebt, aber es bleibt eine Castingshow. Hat deine Teilnahme bei The Voice deine Sicht auf Castingshows grundsätzlich verändert? Also ich denke, so wie du schon gesagt hast, heben die sich da schon ein bisschen von dem Standard ab. Ich habe mir schon, ich habe ein bisschen erwartet, dass es alles ein bisschen mehr geskriptet ist vielleicht, aber im Prinzip lassen die einem da schon wirklich freien Lauf und versuchen, die nicht zu verändern und zu verbiegen. Deswegen kann ich über die Castingshow jedenfalls sagen, dass es sich lohnt, dort mitzumachen. Dein Coach ist ja Max Herre gewesen. Für den hast du dich damals entschieden nach der ersten Show. Was hast du denn jetzt rückblickend von Max lernen können? Die Zusammenarbeit mit dem Max hat großen Spaß gemacht auf jeden Fall. Er ist sehr kompetent und weiß, was er tut. Man kann viel von ihm lernen, auch was Bodenständigkeit angeht gerade, denke ich. Also zumindest kann ich da viel rausschöpfen. Weil ich denke, für viele ist es vielleicht auch schwer, gerade dann in solchen Situationen bodenständig zu bleiben und zu unterscheiden, ob das jetzt gerade oder warum das gerade passiert und das abzuwägen. Weil im Vordergrund steht ja nach wie vor dieses Format und nicht die Personen, die dort selbst mitmachen, denke ich. Seit du bei The Voice bist, geht es ja bei dir ziemlich rund. Du bist mittlerweile sehr bekannt. Was war denn so das einschneidendste Erlebnis, auch im Alltag, ganz egal, seit du bei The Voice bist? Also es war eine der schönsten Sachen so. Ich weiß nicht, ob man das als schön bezeichnen kann. Am Mittwoch nach dem Konzert kam eine Dame zu mir und meinte, sie ist Altenpflegerin. Und es gäbe da eine Dame, die sie jeden Tag pflegt im Prinzip und mit der sie jeden Tag mein Video anschauen muss. Circa drei, vier Mal, damit die glücklich ist. Und die wollte auch unbedingt auf das Konzert mit, aber ging natürlich nicht, weil sie bettlägerisch ist oder so. Und die wollte unbedingt ein Autogramm haben. Und das fand ich sehr schön, dass es Leute gibt, denen ich vielleicht sogar mit der Musik Hoffnung machen kann. Weil das ist eigentlich das, was man als Musiker gern möchte. Apropos schönes Erlebnis, wie sieht es denn mit Groupies aus? Also im klassischen Sinne, ein Groupie ist ja im Prinzip jemand, der mit dem Star, in Anführungszeichen, so sehe ich mich ja nicht, pennen will. Gab es bisher noch nicht. Aber es gab natürlich schon so eine Art Liebesgeständnisse über Facebook oder so. Die beantworte ich aber gar nicht mehr. Das macht ja jemand anders schon. Quatsch. Es gab auch, was ich ganz toll fand, oder was heißt toll, von Homosexuellen kriege ich irgendwie sehr häufig Anfragen. Die scheinen irgendwas zu haben, was die anzieht. Jetzt musst du wahrscheinlich aufpassen, was du sagst. Ich stelle die Frage aber trotzdem, gibt es bei The Voice irgendwelche Schattenseiten? Irgendwas, wo du sagst, das ist die schmutzige Seite des Business? Also die Schattenseiten sind natürlich, dass es auch genügend Leute gibt, die sogenannte Shitstorms versuchen anzukurbeln. Aber das gelingt Gott sei Dank momentan noch nicht so, weil die anderen Leute sich wohl drum kümmern, dass das dann nicht passiert und die dann bremsen. Das heißt, ich muss da eigentlich nicht mal selber antworten, das finde ich total toll, sondern das machen die Leute im Internet. Aber gut, darauf gebe ich im Prinzip auch nichts, weil wer sich in einem PC versteckt und meint, er müsste da irgendwas in die Tasten hauen und wahrscheinlich kein Leben hat, der kann ja eigentlich gestohlen bleiben. Also geht mir am Arsch vorbei, solche Leute.